Hallo Leute, kleiner Nachtrag zum Filtereinbau. Ich habe den Filter jetzt gekriegt und eingebaut. Passt soweit. Für den Einbau, ich habe jetzt beim Zusammenbauen, habe ich erst diesen Dämpfer rechts wieder eingeklickt und bin dann abgerutscht. Dadurch habe ich gemerkt, dass das Fach sich eigentlich auch weit genug öffnet, wenn man den gar nicht aushängt. Also den Schritt kann man sich eigentlich sparen. Okay, tschüss.